Freitag, der 2. Mai 2014. Ca. 25 Personen versammeln sich vor dem Eingang der VITOS-Klinik in Gießen in der Licherstraße. Und dort geht es über das Gelände, vor allen Dingen zu den Zwangspsychiatrien. Hier kommt es zu etlichen interessanten Kontakten zu Insassen, aber vor allen Dingen auch zu einer Menge Protest gegen Willkür, gegen Zwangsmedikamentierung und Fixierung hinter Mauern und Zäunen. Aber keine Frage, das alles kann erst der Anfang sein. Wir planen weitere Aktionen in Gießen und an allen Kliniken der Zwangspsychiatrie. Macht mit!